Herz aus Stern von Nino Kerl Es liest David Nathan ein leises Lied in die Ewigkeit des Universums Strophe 1 Das Lied einer Reise Kapitel 1 In letzter Zeit warfen nur wenige Sterne ihr Licht in die Nacht, meistens blieb es beinahe stockdunkel. Auch an diesem Abend hatte die Dämmerung lediglich eine Handvoll funkelnde Knöpfe an den Himmel genäht, der wie ein riesiges schwarzes Tuch aussah, mit dem sich der Tag zugedeckt hatte. Sue tat es ihm gleich und zog ihre Decke bis unter die zierliche Nasenspitze hoch. Traurig blickte sie aus dem Fenster in die erloschene Glut des Tages. Das Mädchen mochte die Dunkelheit nicht, mochte es nicht, wenn plötzlich alle Farben verschwanden. Wenn das Grün aus dem Gras und das Blau aus dem Himmel glitt und die Nacht wie schwarze Tinte in die Welt floss. Damit es nicht gar so finster war, kam beim Zubettgehen stets ihr Nachtlicht zum Einsatz. Eine kleine Lampe, die wie ein fröhliches Gespenst aussah. Buhu, so hatte Sue ihren tüchtigen Freund getauft. Auch in seiner heutigen Spätschicht konnte der goldige Plastikgeist ein bisschen Licht spenden, aber leider keinen Trost. Sue war fürchterlich traurig. Ihre Mutter hatte sich beim gemeinsamen Abendessen mal wieder lieber mit dem Handy als mit ihrem Sprössling beschäftigt. Sie hielt es für wichtiger, irgendwelche Fotos im Internet zu liken, zu kommentieren oder zu teilen, als mit ihrer kleinen Tochter zu reden. Oder ihr zumindest zuzuhören, wenn sie ganz stolz von ihren aufregenden Erlebnissen erzählte. Von ihrer neuen Sitznachbarin in der Schule zum Beispiel, die gerade aus Japan nach Deutschland gezogen war und unzählige bunte Anhänger an ihrem Schulranzen trug. Oder davon, dass sie im Sportunterricht beinahe zweieinhalb Meter weit gesprungen war, eine wirklich beträchtliche Leistung für eine Erstklässlerin. Doch die alltäglichen Abenteuer ihres heranwachsenden Mädchens hatten die alleinerziehende Mutter offenbar auch an diesem Abend nicht sonderlich interessiert. Sue hatte dem leckeren Thunfisch-Sandwich, auf das sie sich eigentlich so gefreut hatte, beim Essen genauso wenig Beachtung geschenkt wie ihre Mutter der Geschichte vom bemerkenswerten Weitsprungrekord. Also war das üppig belegte Brot, mit extra viel Thunfisch und Käse, vorerst im Kühlschrank gelandet. Mit hängendem Kopf und feuchten Augen war Sue nach dem Abendessen auf ihr Zimmer getrottet. Nachdem das Mädchen den kleinen Sternenanhänger, ein Geschenk ihrer neuen Klassenkameradin und Freunden, mit einem gequälten Lächeln an ihrem Rucksack befestigt hatte, löschte es das Licht, um sich unter der Decke zu verkriechen. Lustige Roboter waren darauf gestickt, die wie lebendige Radiowecker aussahen. Dann erzählte Sue dem kleinen Boo-Hoo im Flüsterton von ihrem spannenden Tag. Er war ein wirklich toller Zuhörer, stets gebannt und aufmerksam hing er an den Lippen der Erzählerin. Manchmal stellte sie sich vor, wie er antworten würde, und aber jeden Satz mit einem langgezogenen Boo-Hoo beendete. Bei dem Gedanken musste sie eigentlich stets schmunzeln. An diesem Abend jedoch regneten immer wieder kleine Trauertropfen von ihrem Gesicht, Tränen, die im schwachen Schein der Sterne wie Edelsteine glitzerten. Kurze Zeit später schlief Sue leise schluchzend ein. Kapitel 2 Unruhig wälzte sie sich hin und her, nahm dabei jedes noch so dezente Geräusch wahr und mischte es als gruselige Zutat in ihre Träume. So wurde das Knarzen des Küchenrollladens zum Knurren eines monströsen Bären und das Klappern des hölzernen Windspiels im Garten zudem ihre eigenen Zähne, die aus Furcht vor dem angsteinflößenden Ungetüm, das durch ihre Träume streifte oder stapfte, wild bibberten. Boo-Hoo hingegen schlummerte fest und auch im Tiefschlaf umgab ihnen ein wohlig warmer und friedlicher Schein, der eine Ecke des kleinen Zimmers erleuchtete. Ein urplötzliches Rütteln am Fenster riss Sue aus ihrem Traum. Der Bär? Der Wind? Oder doch nur die Fantasie, die ihr einen Streich spielte? Ruckartig zog sie die Decke über den Kopf. Wären die Roboter auf dem Bettzeug echt gewesen, hätten sie wohl mit schrillen Alarmsirenen das Zimmer beschallt. Gefahr, Gefahr, alle Mann und Mädchen unter die Bettdecke, Gefahr, Gefahr! Doch es blieb ruhig. Keine Sirenen, kein Rütteln mehr am Fenster und vor allem kein Bärengebrüll. Vorsichtig schob Sue den Kopf aus dem Federversteck. Ihre blonden Haare hingen ihr in Strähnen ins Gesicht und die verschlafenen braunen Augen, die in Farbe und Form an glänzende Kastanien erinnerten, riskierten einen Blick nach draußen. Nichts Ungewöhnliches zu sehen. Der Mond hatte sich einen wärmenden Mantel aus grauem Nebel übergeworfen und die vereinzelten Sterne, die noch vor einigen Stunden am Himmel gehangen hatten wie vergessene Christbaumkugeln am ausrangierten Weihnachtsbaum, waren verschwunden. Auch im Garten schien alles völlig normal. Die Kinderschaukel rostete gelangweilt vor sich hin und das Gras sehnte sich nach einem Rendezvous mit dem Rasenmäher. Inzwischen dürfte es Sue bis zu den Knien reichen oder wenigstens bis zu der Stelle am Schienbein, an der sie sich bei der unsanften Weitsprungbruchlandung einen kleinen Kratzer zugezogen hatte. Wieso musste da auch ein Stein im Sand liegen, fragte sie sich. Als das stolze Ergebnis von exakt zwei Meter neunundvierzig verkündet worden war, hatte sie den Schmerz jedoch schnell vergessen. Gerade als sich das Mädchen wieder hinlegen wollte, bemerkte es, wie das Gras im Garten an einer Stelle auffällig wogte. Zunächst nur zaghaft, sodass man hätte vermuten können, der Wind tanzte sanft über die Wiese. Dann jedoch wurde die Bewegung lebhafter und zudem von einem Rascheln untermalt. Etwas pirschte sich durch den Garten, und dieses Etwas kam schnurstracks auf Sue's Fenster zu. Kapitel 3 Die gute Nachricht war, dass dieses, was auch immer es war, eindeutig kein Bär sein konnte. Im Gras zeichnete sich vielmehr die Gestalt eines wesentlich kleineren Tieres ab, das sich flink und elegant bewegte. Da Sue nicht erkennen konnte, was da stattdessen auf sie zuhielt, beruhigte sie dieser vermeintlich situationsentschärfende Umstand jedoch kaum. Plötzlich machte das Geschöpf, das im Schutz der Dunkelheit nicht mehr als ein Schatten mit Schwanz war, einen ruckartigen Satz. Direkt auf Sue's Fensterbank, von wo aus es die hellwache und hastig atmende Siebenjährige mit rätselhaften Augen anstarrte, die im Dunkeln wie grelle grüne Taschenlampen leuchteten. Eine Katze, ohne Zweifel, eine Katze fast so groß wie das kleine Mädchen selbst. Sie stand auf den Hinterbeinen, trug goldene Ohrringe und ein rotes Cape, das lässig über den Schultern hing und mit einem mächtigen Knopf am Hals zusammengehalten wurde und zeigte lächelnd nadelspitze Zähne. Am Ledergürtel, der besonders durch die massive goldene Schnalle ins Auge sprang, waren mehrere kleine Täschlein befestigt, mit moosgrünen Nähten verziert und goldenen Knöpfen versehen. An der linken Hüfte baumelte eine Art Holster, in dem jedoch kein Revolver steckte, sondern eine Steinschleuder in typischer Y-Form. Kapitel 4 Das kleine Menschenherz pochte so schnell und heftig wie die prasselnden Fausthiebe eines Profiboxers, der sich an einem Sandsack austobte. Verzaubert und verblüfft vom Anblick einer Katze, die sich wie ein Mensch bewegte, drehte Sue den Griff in einer entschlossenen Bewegung, ohne dabei auch nur eine Sekunde die smaragdgrünen Augen des zauberhaften Wesens aus dem Blick zu verlieren. Die Verriegelung öffnete sich mit leisem Klick. Beherzt schob Sue das Fenster zur Seite, um dem schnurrenden Gast nicht länger durch eine Scheibe ins Gesicht zu blicken, als stünde sie am Ticketschalter der Bahn. »Weiße Tage und goldene Nächte«, sagte das Geschöpf, während es freudig die Augen zukniff, und Sue mit einem breiten Lächeln ansah, das jegliche Furcht vor dem ungewöhnlichen Besucher schlagartig verpuffen ließ. »Du kannst reden?« Völlig verdutzt strich Sue sich die vom Schlaf zerzausten Haare aus dem Gesicht.